Liebe Fahrgäste, herzlich willkommen in der RW60 Wir gehen nach München Hauptbahnhof über Ringwaldstadt Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Nächste Station, Pappenheim. Wir gehen nach München. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die CE5, 2020 Untertitelung des ZDF, 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 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, aber zum Schaden ist es hier. Ja, ob ich etwas empfangen habe. Ein bisschen gibt es vorher zu lassen. Du siehst ja, wie viele. Gestern waren wir 8 Stunden. 8 Stunden. Das ist der Wartel in Cesar. Der hat einfach vor rechts. Das ist bestimmt nach oben. Ja. Aber vielleicht kannst du es noch mal sagen. Deswegen ist es von der Zeit. Ja. Ich meine, so nach dem Moment hier ist es jetzt. Jetzt. Ja. 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 5.4 km Das weiß ich nicht, das glaube ich nicht. Ne, 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 das ist gut, heute ist so eine Verspätung, wir haben zwei Malker für den Erstfuhr, die Erstfuhr erhebe ich in Ruhr, der Ruhr erhebe ich nicht mehr von mich ein, und dann habe ich meinen Anschluss in Deutschland. Jetzt sind sich die nächsten Zuhörer, die Verständlich jedenfalls zum nächsten Autopost, die wir jetzt gehen, ich bin halt ganz froh, das ist sowieso treuig, dadurch sind die Zuhörer, 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 dass wir jetzt entsprechend für die Zuhörer die Zuhörer fahren müssen, ich bin ja schon mit der Zuhörer, die Zuhörer, die Zuhörer und Zuhörer, und dann auch die Zuhörer, die Zuhörer, die Zuhörer, die Zuhörer machen, ich bin ja jetzt hier und dann habe ja auch schon alles, ich bin so die Zuhörer, eigentlich sehe ich es ja, 06.401 Das ist schön. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020